fahrrad wieder runter heute Julien mit ich hab dir zugehört ich wollte nur noch mal weiter ich wieder runter und das ist gut das ist cool das ist cool Reuters hier guck mal Andy bleibt da wo du bist heute nicht verhindert hier darf ich das oder das sah so aus als würdest du dich rechts an mir vorbeischleichen eher nicht aber ich Julien der Chokoti steht hier wieder Chokoti noch get off hab nix gemacht oh guck mal ist das ne ist das schön was ist denn das warum liegt der Carsten auf der Seite weil er meinte mich zu rammen er ist nicht mehr zurück jetzt haben sie mich alle die Pisser hier jetzt haben sie mich alle die Pisser hier ich setze mich auch mal eben zurück Julien nee die beiden haben mich alle hier und wie hast du das jetzt geschafft dass die Unfall ich gar nicht nur der Carsten ist umgefallen ich bin nicht umgefallen weil der Carsten ist umgefallen weil der Carsten ist umgefallen weil der Carsten ist umgefallen doch hier regnet doch hier regnet nein bei mir nicht doch nein bei mir nicht ja im Moment doch 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 Carsten hier regnet oh aber die Scheibe wird doch doch die Scheibe wird sogar nass da wird die nass hä das kann doch gar nicht sein was kann ich sagen es regnet ach ja Andy äh Ciccoti Cicoti das ist jetzt genauso wie bei mir wo ich gesagt hab das gibt Reifen zu uns nein ohne Scheiß ich hab ein Skrillshot gemacht ja das glauben sie dir jetzt auch nicht nein wir glauben dir das die Sache ist nur die meine Wimpel sind verheddert die Sache ist nur die meine Wimpel sind verheddert wenn du deine LKW auf die Seite legst ja warte mal Carsten stehst du da noch ja ich steh hier noch ich habe den Mast zersägt der Gast hat sich mit dem Quast gepflegt und dann hat es wohl den Gast zersägt da ist der Simulant dann machen wir einmal hier FC so hallo hat es einmal hier ist die Ampel rot Andy könnt ihr es mal irgendwie geschissen bekommen hier euch in diesem Tunnel zu bewegen welchen Tunnel? mein Spiel hat minimiert es regnet Julian du hast reanimiert nein mein Spiel hat minimiert was? reanimiert? das schöne ist aber reanimiert? das Bild in der Aufnahme ist immer noch da ach schön das ist schön ja weil wenn das Spiel minimiert dann nimmt OBS nämlich einfach das Spiel weiter auf echt voll cool ja das ist ja geil voll geil ne das ist vernünftig weil dann ist das Bild nicht schwarz rechts Andy rechts 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 das war knapp das war das du entertest die City man kann auch Danke sagen wo habt ihr die City entert? Alter wo seid ihr denn jetzt? auf der Brücke die Brücke die Brücke die Brücke die Brücke die Brücke auf der Brücke auf der Brücke Regen es regnet I'm singing in the rain bei mir nett aber ich hab klar im Himmel aber dunkel hab ich ne dunkel ist jetzt in dem Sinne auch noch nicht könnt ihr jetzt mal langsam euer Arsch in Bewege abgefahren weil der Jatak weg war da ist der Jatak hat sich in dem Tunnel versteckt ja 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 der wollte trocken bleiben weil es der Ausgabenstil ist ja im Regen hoppala ja fall um fall um fall um fall einfach um Pisser ach herrlich macht ihr denn da für ne Front? macht ihr jetzt ne Massenorgel hier oder was? äh was denn? ach das es war nur Carstens Eisbär ich dachte grad Carstens LKW war dreckig ein LKW ist dreckig ein LKW ist übrigens sehr schlecht ey was ey ey warum rammst du mich? weil du mich gerammt hast ihr rammt euch alle gegenseitig ums Prinzip ne ist nicht Prinzip doch ne ne Prinzip der Busfahrer würde jetzt wieder sagen Hörpil Prinzipienreiter seid ihr wer? der Busfahrer hat ne wer ist Prinzipienreiter? ihr wer ist Prinzipienreiter? und ist das ne Frau? oooohh in der Regel ja bitte lass uns an in der Regel nur in der Regel ja gut Ausnahmen werden von der Regel bestätigt ne der Rest ist alles normale Menschen darf er das? darf er das? oh guck mal da oben fährt ein Güterzog lang wir fahren gut aber der fährt Güter mhm Jakoten du leckst vor mir ach der leckt vor dir was leckt der dir denn? das ist der Regen Andi was ist der Regen? ich will auch Regen die Scheibenwischer stauben ein upsala n oder upsala nicht n upsala nicht n upsala nicht n wir müssen abfahren wir müssen abfahren wir müssen abfahren also ich wird gerne abfahren aber ich hab gedacht wenn ich weiter gerade fahre dann fährt der Schekoten falsch dann biege ich noch im letzten Moment ab aber irgendwie hast du dir gedacht hat mich auf den Punkt gesetzt lieber Andi da hat er sich das gedacht naja ja ja was hat Josch damit zu tun? Andi Epsilon Andi Epsilon nein Andi mit I so sagt der Carsten oder hat der Carsten gerne mal gesagt das mit dem Andi Epsilon wir sind ja schon upsala Gott sei Dank alter ich bin fertig mit der Welt ich wollte den Julian nochmal umwerfen fertig mit der Welt ne da krieg ich schon selbst hin danke gut reagiert sehr schön wer denn? der Andi der war noch zu weit weg wo? wo hoch? uuuh Leute mit der Vorfahrt das lernt er noch ne? uuuh uuuh du Sack auf ich fühle mich gerade da ist die Weltstadt ne ist nicht ey lass mich durch musst du da rein? ja da muss ich rein gehst du mal bitte weg achso dann fahr ich mit rein oh ne ne Carsten ich würde hier gerne reinfahren Gott sei Dank bin ich bei meiner Firma ey wer rast denn? es ist der Carsten ich fahr mal zur Werkstatt ja und ich bin bei meiner Firma wo geht's denn hier? hä? und repariere mal mein Fahrzeug dein Fahrzeug? dein Kfz hier? falsche Richtung oh ich bin ja hä 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 musst du doch nach England? oh nein also er muss doch nach England wusste ich doch er muss doch nach England äh warum hast du dich zurücksetzen lassen? äh erstens weil du meinen LKW gerade kaputt gefahren hast nein hab ich nein nee er hat ein Chief kaputt gefahren hast du wohl nein hab ich nicht ist in der Jarmstadt ich parke hier ich muss dich erstmal suchen so dann ist ja so schwer zu übersehen so ein großes weißes Fahrzeug ja wegen dem weiß das ist Tarnfarbe ja nee hier ist ja so grau im Moment da sieht man das weiß eigentlich ganz gut aber wenn du dich jetzt vor die Hecke stellst dann sehe ich dich nicht mehr weil du bist so grasgrün beschädigt nein ich bin nicht grasgrün ich bin polarweiß nein du bist grün 0 Euro 0 EP ich bin polarweiß ja ich stehe aber nicht gut nee ich stehe total schick hä das müsste doch hier drüben sein oder ist da noch irgendwo was wenn noch was der Andi auf der Suche nach seiner Firma ach da sehe ich die beiden Kojoten und äh Carsten schon ja ja ich muss ja immer mal immer mal stürmen ey sag mal bist du bescheuert was sind die denn da das war leicht übersteuert ich bin um die Kurve rum und dann stand der Andi da ich stand nicht da ich kam gerade hier gefahren und wollte zu meinem ja super tschuldigung ach einmal mit Profis du musst hier immer noch mit Scheibenbecher stehen es regnet kann der Regen mal aufhören habt ihr eigentlich diesen Herbstmond mit installiert das ist die Firma nee nee wir haben kein Herbst musst du schon wieder falsch ja aber gab es ja bei der Installation von Multiplayer hab ich mit installiert wie das anders aus also nicht ja doch oh wie bescheuert ist das auch ja das ist das Laub ist kein ist nicht mehr an den Bäumen ach so ja dann habe ich das auch installiert das Laub ist nicht mehr an den Bäumen aber mir sind alle Bäume schön laubig im Grün ne bei mir nicht das Laub ist nicht mehr an den Bäumen wo denn an den Bäumen überall an den Bäumen boah ist der Eisbär süß ja knuffig kann ich töten aber ist knuffig ne ich find das cool ja es ist ein bisschen lang schnell war ja es geht ja auch ziemlich stark ach so so ja ja bei dir denkens blitz aus ey aber jetzt wo ich stehe kann ich auch interpretiert ihr könnt auch den Motor ausmachen nein 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 ja du fliegst gleich ich nicht ich flieg nicht hab grad erst geparkt Mensch weißt du was um die Julian zu älteren was ist ein Rückwärtsgang jetzt drin ach ihr seid so klasse ich muss schnell in die Kabine rein ja Dito ach ist das schön leise hier drin das ist der einzige noch dennoch krach macht hier ne ich mach gar keinen krach 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 alter Tug sind wohl bei dir gesehen hat man gar nicht doch hat man wohl das sieht man gar nicht hat immer einen wohl ach ich find das das ist äh tagfällig so geil von dem LKW der rammt mich jetzt stimmt es regne ich sollte die äh Abländlicht anmachen dup 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 so das ist ja geil das muss ich mal nächstes mal oh das ist eine geile Ansicht oh beim nächsten mal wenn wir fahren dann mach ich die an aber sieht schon cool aus so mit dem kaoten Konvoi müssen wir alle nur noch das nächste mal die gleiche Lackierung machen ja alle in weiß ne ne will ich nicht die white lady so alle da wir haben es geschafft nach geschlagenen 2 Stunden wenn es auch immer ist könnt ihr mal bitte dieses furchtbare Geräusche danke nach geschlagenen 2 Stunden 49 Minuten haben wir es geschafft äh und sind ja fertig ja doch schön danke an alles fürs mitfahren wieso machst du endlich jetzt die Abmord weil irgendwer muss es machen ach so der Julian möchte sich gerne in den Mittelpunkt drängen boah macht ihr tschüss Leute ne ich will nicht mehr jetzt bin ich beleidigt Mö, mach ich nicht mehr. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Tschö. 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 Nö.